Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 29.500 US-Dollar. Ja, gestern hatten wir einen kleinen Pump. Heute wieder den nächsten Dump. Was ist passiert? Wie geht's jetzt weiter? Das werden wir uns im heutigen Video nochmal ganz genau anschauen. Ansonsten bin ich wieder zurück. Nach, ich glaube vier Tage gab's jetzt kein Video mehr. Wie gesagt, ich war ein bisschen auf Festival unterwegs. Man hört's vielleicht noch ein bisschen an der Stimme und so. Also verzeiht's mir, aber im Endeffekt ist nicht viel passiert. Wir haben gestern Abend noch einen kleinen Short-Trade eröffnet. Den habe ich euch noch in die Telegram-Gruppe gepostet. Der Long-Trade war dann schon mittlerweile, ich glaube, zu 30 oder 50% zu. Also hier müssen die letzten zwei Trades sind auf jeden Fall Bombe gelaufen. Ich hoffe auch, dass ich wieder mehr in der Gruppe auf jeden Fall posten kann. Ansonsten Link ist unten in der Videobeschreibung. Bevor wir starten, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal und wenn ihr Bock habt, aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr oder kein Trade mehr verpasst. Ja, wie gesagt, momentan bei ungefähr 29.500 US-Dollar. Ja, wir hatten gestern einen schönen kleinen Pump. Wir hatten unsere erste grüne Weekly Candle seit neun Wochen mal wieder geschafft, auch wenn die nur minimalgrün war. Jeder wieder gehypt, die er endlich Boden getroffen. Wir hatten unseren kurzen Pump mit sehr, sehr wenig Volumen auf dem 4-Stunden-Chart. Dann sind wir am 2.0 der EMA erst mal rejected worden, sind dann hier oben wieder ein bisschen rumkonsolidiert. Können wir uns das gleich mal auf dem 1-Stunden-Chart anschauen. Im Endeffekt die gleiche Bewegung, die wir hier drüben hatten, hatten wir auch hier wieder. Wenig Kaufvolumen hier in diesem Bereich der Pump. Konsolidierung und jetzt über Nacht kam einfach wieder der Dump. Das war einfach der Grund, warum ich gestern Abend noch gesagt habe, okay, ich werde noch einen Short Trade eröffnen. Diesen Short Trade habe ich jetzt mittlerweile, ich glaube zu 50 oder 60 Prozent habe ich ihn zugemacht schon wieder. Schauen wir jetzt einfach mal. Ich werde jetzt eher wieder nach ein paar Long Trades Ausschau halten, beziehungsweise das heißt nach ein paar erstmal nach einem Long Trade Ausschau halten. Trotzdem denke ich, dass wir immer noch mal eine Etage tiefer gehen können. Wir haben nämlich noch unser zweites 7i-Gap. Wir hatten jetzt das erste bei ungefähr 29.500 US-Dollar. Das wurde jetzt geschlossen. Das zweite liegt bei 28.800 und ich glaube 15 oder sowas. Liegt hier unten noch in diesem Bereich. Heißt für mich, ich kann mir eher momentan noch mal ein kleines bisschen Downside vorstellen. Auch wenn es nur minimal ist, einfach noch mal um dieses zweite Gap zu füllen, um dann ein kleines Reversal vielleicht wieder hier in dem Bereich von ungefähr 31.000 US-Dollar hinzulegen. Einfach aufgrund dessen, wir haben jetzt durch diesen Abverkauf hier wieder neues Void gefüllt, beziehungsweise eher, ja nicht erfüllt, neues Void gebildet. Das heißt, neue Ineffizienz im Markt. Heißt, wir könnten dann hier das erstmal füllen, bevor wir dann möglicherweise immer noch in Richtung 24.000 und 25.000 US-Dollar fallen. Habe ich noch nicht ausgeschlossen. Ganz ehrlich, ich glaube weiterhin, dass es immer noch für möglich ist, dass wir hier auf jeden Fall noch mal in diesem Bereich hier runterkommen. Einfach um diese Orders, die hier unten liegen, durch diesen riesen Wig, der hier drüben noch erzeugt wurde, einfach noch zu füllen, um die ganzen Stop-Losses zu hinten, um dann wirklich eventuell einen Boden zu bilden. Ich möchte es nicht ausschließen, deswegen bin ich auf alles noch vorbereitet. USD-Telec, bereits sollten wir hier runterkommen. Ansonsten DCA wöchentlich oder monatlich, keine Ahnung, wie ihr kauft. Ich kaufe momentan echt wöchentlich ein. Und dann schauen wir einfach mal, wo die Reise hingeht. Aber trotzdem, momentan eher ein bisschen Downside, vor allem bei den Altcoins. Wir schauen uns jetzt gleich noch Ethereum an, wo die Altcoins deutlich, deutlich schwächeln. Ja, kleiner Blick noch auf die Bitcoin-Dominance. 47% sind jetzt weiterhin hier in diesem Bereich. Auch hier erwarte ich, trotzdem noch sollten wir hier noch mal ein bisschen höher steigen in Richtung 34.000, 35.000 US-Dollar, dass wir hier auf jeden Fall noch mal diese Korrektur sehen werden. Zumindest hier in diesem Bereich bei ungefähr 44 bis 44,5%. Ja, genau, soviel zu Bitcoin. Schauen wir noch mal auf den Tagesschart, ob es da noch irgendwas gibt. RSI hat sich ein bisschen erholt. Wir sind so im 50er-Bereich, konsolidieren hier ein bisschen. Ansonsten einfach eine riesige Seitwärtsphase. Wichtig ist, dass wir hier wirklich mal ein neues hochbilden bei ungefähr 32.700 US-Dollar. Ansonsten ist die ganze Struktur einfach abwärtsgerichtet. Also wir sehen hier keinen wirklichen Breakout, keine wirkliche Strukturänderung, Volumen weiterhin abfallend, die weiteren Seitwärtsphase. Wir sind hier weiterhin in dieser Range. Um noch mal auf den 4-Stunden-Chart zu kommen, sieht man es hier eigentlich ganz gut. Plus, was jetzt auf den kleineren Timeframes noch ein bisschen interessant ist, wenn ihr euch diesen gelben Abtritt mal wegdenkt, haben wir hier auch eine kleine Bullish Divergence, zumindest auf den 4-Stunden-Chart, auch auf den kleineren Timeframes, die uns zumindest dann, wie ich jetzt eben gerade gesagt habe, zumindest kurzfristig mal auf diese 31.000 US-Dollar bringen kann. Das ist das, was ich jetzt für den heutigen Tag verfolge. Wie gesagt, Short-Position 60% zu oder, keine Ahnung, irgendwie 50-60% muss ich da nochmal nachgucken, kann ich ja später nochmal in der Gruppe schreiben. Ansonsten Long-Entries werden dann später noch gesucht beziehungsweise werden dann noch in der Telegram-Gruppe gepostet. Ja, Ethereum sieht bescheiden aus, sage ich jetzt mal so am Rande. Auch hier, wir brechen hier eine Range nach dem anderen Werten. Wir hatten hier die erste Seitwärtsrange, sind nach unten hin durchbrochen, haben Support an unserem Low gefunden, also haben diesen WIG erstmal gefüllt, neue Range gebildet. Auch hier weiterhin Konsolidierungsphase. Wichtig ist, dass wir dieses Tief, sage ich mal, ungefähr 1.650 US-Dollar circa nicht unterbieten. Hier liegen die Stop-Loss-Orders hier irgendwo in diesem Bereich von diesem WIG hier drüben. Das heißt, wir haben noch nicht die ganze Liquidität abgeholt. Es ist weiterhin ein WIG in diesem Bereich von 1.640, 1.650 ungefähr mit drin, dass wir einfach nochmal runterwicken, die Stop-Losses holen und dann einen neuen Abtrend starten. Und ansonsten, 3-Stunden- und 4-Stunden-Chart bilden wir auch hier eine Bullish-Divergence. Wir haben Lower Low gebildet, im RSI ein Higher Low. Erstmal ein gutes Zeichen, das wird zumindest kurzfristig, um auf den 1-Stunden-Chart zu sprechen zu kommen, erst einmal eine kleine Korrektur nach oben hin sehen. Heißt, auch hier die Ineffizienz wieder schließen, bis ungefähr 1.850 US-Dollar. Und dann von hier aus, wo auch der 200er, der SMA, auf den 1-Stunden-Chart liegt, vielleicht eine neue Korrekturwelle dann nach unten hin starten. Und das ist jetzt das, was ich mir für den heutigen Tag erstmal so überlegt habe, beziehungsweise was am meisten Sinn macht. Sollte noch irgendwelche News oder Sonstiges dazukommen, kann es natürlich auch sein, dass wir noch deutlich tiefer fallen. Ansonsten, erster Schritt ist jetzt erstmal, diese Ineffizienz hier zu füllen. Auch weil wir hier 2-1-Stunden-Demand-Zone haben, die bis ungefähr 1.870 US-Dollar ungefähr gehen, würde ganz gut in den Spielplatz eine Ineffizienz lösen. Die ganzen Stop-Losses, die hier oben durch die Shorts eröffnet wurden, krallen wir damit, um dann vielleicht die nächste Welle nach unten hin zu treiben, um dann wiederum die Longs zu racken. So, soviel dazu. Schauen wir uns noch ein paar Altcoins an, aber im Endeffekt macht es wenig Sinn. Also ganz ehrlich, auch hier gleiche Bewegung. XRP, 1-Stunden-Chart, gleiches Spiel. Auch hier oben eine kleine Ineffizienz, die wir füllen könnten auf jeden Fall. Bei ungefähr 0,4017 bis 0,4039. Momentan traden wir bei 0,39 US-Dollar. Heißt, wir könnten hier so einen kleinen 2,5%-Move mitnehmen. Aber ganz ehrlich, ich würde momentan das Risiko bei Altcoins einfach nicht eingehen. Auch wenn wir hier wirklich, es wäre einfach sinnvoll, dass wir die Ineffizienz schließen, um dann vielleicht auch hier den nächsten Move nach unten hin zu machen. Trotzdem, ich halte mich momentan größtenteils von Altcoins einfach fern. Ethereum zähle ich jetzt ehrlich gesagt mal nicht dazu, weil es einfach von der Market Cap und sowas ein bisschen höher ist. Da würde ich momentan, das ist so die Einzige, wo ich sagen würde, okay, hier würde ich Trades eröffnen. Ansonsten, der Altcoin-Markt momentan für mich absolut uninteressant. Wenn ihr trotzdem irgendwelche Altcoin-Wünsche habt, die euch auf den Herzen liegen oder die wir uns trotzdem mal angucken sollen, schreibt es einfach gerne unten in die Kommentare rein. Können wir uns gerne natürlich angucken, habe ich kein Problem mit. Aber momentan, was ich, habe ich einfach momentan nichts auf dem Schirm. Also auch Luna und so einen ganzen Müll, ganz ehrlich, lasse ich gerne mal. Wir können uns mal ganz kurz noch ein Nasdaq angucken. Auch hier verhalten wir uns momentan noch. Dafür haben wir mal ganz kurz den 4-Stunden-Chart. Nach unserem Fractal, wir hatten unseren Pump, jetzt diese kleine Konsolidierungsphase, wo wir noch mit einem kleineren Abverkauf rechnen könnten, was auch ganz gut passen würde, weil wir auch hier noch ein kleines Gap haben. Das würde dann wiederum zu unserem Fractal passen, ein bisschen tiefer noch, um dann die Reisen nach oben hin fortzusetzen. Also Nasdaq verhält sich weiterhin nach unserem Corona-Dump-Fractal. Einfach mal im Auge behalten, dieses Volt nach oben haben wir schon mal geschlossen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Schauen wir uns noch ganz kurz die News an. US-Aufsichtsbehörde seit 2021 über eine Milliarde Dollar in Kryptoscans verloren. Ja, passiert. Aber gut, ich sage immer, in manche Projekte sollte man halt einfach nur desinvestieren. Was man auch bereit ist zu verlieren. So viel zu meiner Meinung im Endeffekt. Die Woche kommen noch einige Videos, also das Wochenende ist Pickepacke voll. Es kommt noch eine Börsenvorstellung, es kommt noch eine Altcoin-Vorstellung, wo ich euch ja schon mal getriggert habe auf Telegram, beziehungsweise überall schon gepostet habe, Ubu-Token. Gerne schon mal vorbeigucken, werde ich aber am Wochenende nochmal ein ausführliches Video machen. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall einen guten Start in den Tag. Ich hoffe, ihr konntet die Trades einigermaßen gut mitnehmen oder hattet viel Erfolg damit. Nehmt Profite, wartet einfach ab. Hört nicht auf irgendwelche Moonboys, dass wir jetzt gleich wieder hier in Richtung Mond gehen oder zu 1 Million Dollar oder sonst irgendwas. Lasst euch nicht blenden. Achtet auf euch selbst. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Wir hören uns auf jeden Fall morgen früh wieder zu einem, oder ne, morgen Nachmittag zu einem aktuellen Video. Auf jeden Fall, schönen Tag. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Wir hören uns morgen wieder und wie immer, stay crypto. Ciao, ciao.